Die Schweizer Weinvereinigung Memoir de Vin Suisse präsentiert jedem Frühling die neu in seiner Schatzkammer angekommenen Weine. Da die Arivage-Präsentation dieses Jahr nicht real stattfinden konnte, stellen in dem Memoir Fachmitglieder ausgewählte Weine virtuell vor. Hier unterhalten sich der Weinsensoriker Hans Bettig und der Weinjournalist Martin Kelchmann über Pinot Noir. Wir degustieren folgende Weine. Es sind alles 2018er Jahrgänge. Der erste Wein ist der Servanien Morge Grand Cru AOC. Er kommt aus der Watt, der Lackgott ganz genau, von der Familie Cluchon. Der zweite Wein ist ein Pinot Noir aus Auvernier, Neuenburg, drei Seenregionen, von La Maison Carré und von der Familie Perrochet. Der dritte ist ein Mutenzer Pinot Noir, Basel-Landschaft von der Familie Jauslin. Und der vierte ist der Selvenen, ein Malanser Pinot Noir, Bündner Herrschaft, Kanton Graubünden von Georg Fromm. Damit spannen wir einen Pinot-Bogen Schweiz auf, der auch repräsentativ ist für das Memoir aus verschiedenen Gründen. Wieso soll dieser Pinot Noir-Bogen eigentlich im Wattland beginnen? Auf der Flasche steht ja eigentlich gar nicht Pinot Noir, sondern es steht das Wort Servanien. Was heisst eigentlich Servanien überhaupt in diesem Zusammenhang? Servanien ist eine alte regionale Mutation des Pinot Noirs. Man sagt, die Pflanzen seien schon 1420 in die Gegend von Morsch gekommen, womit man dieses Jahr 600 Jahre feiern würde. Man wollte ja auch eine Feier machen, die dann auch coronabedingt abgesagt wurde. Nun haben wir diesen Servanien dafür im Memoir. Es ist, wie gesagt, der Wein der Familie Cruchon. Die waren früher mit einem anderen Pinot Noir drin und wir haben jetzt eine Rochade gemacht, weil Raug Cruchon ist einer der Pioniere dieses Servanien. Servanien ist ein Fantasiename. Der Wein hieß früher Salvanien de Morsch, aber Salvanien ist inzwischen ein Markenname geworden in der Watt und darum hat man sich auf den Namen Servanien verständigt. Heute werden da sieben Hektaren nur angebaut in der Gegend um Morsch von 20 Produzenten. Und wie gesagt, Raug Cruchon und seine Familie haben sich seit 20 Jahren stark gemacht für diese neue alte Sorte. Aber kommen wir jetzt zum Wein. Servanien 2018. Hans, was ist das Spezielle an diesem Wein? Worin unterscheidet er sich von einem herkömmlichen Pinot Noir? Der Wein hat in seiner Art natürlich Pinot-Eigenschaften. Pinot ist ja eigentlich immer der Inbegriff von Finesse und Eleganz. Pinot Noir ist nie grob, er ist auch nie protzig. Das trifft natürlich auch für diesen Servanien zu. Was der Servanien hat, ist eine gewisse Würzigkeit, eine gewisse Struktur, die ihn auszeichnet. Eine Struktur, die ihm auch Körper verleiht und vielleicht das Pinot-Bild in einem gewissen Sinne dahingehend variiert, dass er etwas robuster daherkommt, dass die Tannine vielleicht in einem gewissen Sinne sogar in dieser Jugendlichkeit eine gewisse Grünlichkeit aufweisen, die sich aber sehr wahrscheinlich in Kräuterig-Würziges verwandeln wird. Die Frage ist natürlich, wie du ihn bewertet hast, was du zu den Fruchteigenschaften dieses Weines sagst. Verrät er dir den Pinot Noir oder wärst du eher auf eine fremde Fährte gelangt? Nein, ich glaube schon, dass man da den Pinot Noir ausspürt. Er ist vielleicht sehr intensiv für einen Pinot Noir, rote Beeren, Kirschen, ist auch im Gaumen sehr konzentriert. Du hast es schon gesagt, er ist sehr würzig, hat auch eine gewisse wilde Art. Aber insgesamt, rein von der Aromatik her, würde ich ihn schon als Pinot Noir erkennen. Gut, wir haben ja als Auftakt eben diesen Servanien gewählt, weil er sich mit anderen Pinots aus der Memoire de Vain Suisse Palette messen soll. Und wir haben zwei Benchmark-Weine eingebaut, wie man so neudeutsch sagt. Und wir haben einen gewählt am Jurabogen, eigentlich den ersten Vertreter westschweizerischerseits am Neuenburger See. Das ist eben der Pinot Noir Auvernier von La Maison Carré. Und an diesem Wein soll sich jetzt eigentlich der Servanien mal messen oder umgekehrt die Frage gestellt. An dich, Martin, wieso haben wir eigentlich La Maison Carré als sogenannten Benchmark hier positioniert? Wie gesagt, das Neuenburg ist, wenn man das sagen kann, das Burgund der Schweiz. Die Bündner würden das wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber rein von der Stilistik her, finde ich, bietet sich das an mit ihren Kalkböden. Und wenn ich das weiterspinne, Berrocher ist vielleicht der burgundischste Neuenburger von Neuenburg. Es ist aber jetzt gerade beim 2018 ein bisschen so, dass es mich dünkt, er sei etwas kräftiger geraten, etwas strukturierter, vielleicht etwas weniger elegant. Ist das schon eine zu frühe Anforderung, die ich jetzt stelle? Oder ist das möglicherweise doch ein 2018er Phänomen? Zugegeben, ich glaube schon, dass der Maison Carré Auvernier 2018 nicht wahnsinnig typisch ist für das Haus. Der ist ein bisschen voller, ein bisschen stoffiger, er ist ein bisschen wärmer. Und ich glaube, das schuldet er halt dem Jahrgang, vielleicht auch der Biodynamie, die die Berrochers betreiben seit vielen Jahren. Und dann, ja, also, vielleicht hat er nicht die Eleganz eines Siebzehners oder eines Sechzehners. Es scheint so zu sein, dass der Servanien seine Aufnahmeprüfung bestanden hat. Und zwar hat er sich ja eigentlich sehr gut eingeordnet, auch punktemässig, mit dem La Maison Carré zusammen. Wir haben ja eben auch noch einen anderen Wein, der neu in der Palette ist. Das ist der Moutenser Pinot Noir von der Familie Jauslin. Sie ist mit ihrem Wein 2019 ins Memoir des Vains Suisses aufgenommen worden. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt im Nachhinein diese Aufnahme zu Recht stattfand und ob der Wein, jetzt repräsentiert durch den 2018er Jahrgang, seine Aufnahmeprüfung besteht. Ja, also zuerst einmal ist es natürlich toll, dass endlich die Nordwestschweiz auch im Memoir des Vains Suisses vertreten ist und mit der Familie Jauslin, einer der aller allerbesten Betriebe. Dass sie mit einem Pinot kommen, liegt ein bisschen auf der Hand. Pinot ist halt einfach die wichtigste Schweizer Rotweinsorte. Und auch in Basel-Land ist das sehr wichtig. Und zum Pinot von Jauslin, der wächst auch im Jura-Ausläufe, wir sind da immer noch im Jura-Bogen, auch auf kalkreichen Böden am Wartenberg in einem warmen Amphitheater in der oberrheinischen Tiefebene, die in den letzten Jahren mit der Klimaerwärmung wirklich sich aufgeheizt hat. Und das merkt man auch diesem Wein an. Es ist ein 2018er und es ist ein ausgesprochen kraftvoller 2018er. Ich weiss nicht, ob du das magst. Gut, was bei diesem Wein besticht, ist tatsächlich eine gewisse Üppigkeit. Aber sie ist auch von einer ausgeprägten Frucht begleitet und der Wein strukturiert sich sehr gut. Also uns ist diese Fülle, auch diese alkoholische Fülle, eigentlich gar nicht so sehr aufgefallen. Ich habe mir dann sagen lassen, dass die Vidifikation möglicherweise eine ausgeprägte Rolle spielen könnte, weil der Produzent oder die Produzentenfamilie, sie arbeiten mit der Zugabe von ganzen Trauben zur Maische. Und das führt eigentlich dazu, dass wir einen aromatischen Zusatzeffekt haben, à la Masse Ration Carbonique, das könnte ein wichtiger Beitrag sein zum Produkt. Und die Stiele sind natürlich auch mit dabei. Also das heisst, diese 15% Stiele tragen sicher auch zur Struktur des Weines bei. Und das würde dem Wein dann auch die Frische schenken, die er doch durchaus besitzt, trotz des doch hohen Alkoholgehalts. Die Frische, die wird sehr wahrscheinlich wirklich von den eingelegten ganzen Trauben her rühren. Es muss aber irgendwo noch einen Grund geben, dass diese Frische sich so manifestiert. Ich denke sowieso, dass die Zukunft weisen wird, wie viel Frische mit in die Alterung einfließt und wie stark die Reife, die er durchaus doch hat, mit ins Gesamtbild einwächst. Wir haben ja auch noch den vierten Wein jetzt von Georg Fromm aus Malanz. Das ist ja jetzt kein Wein mehr aus dem Jura, auch nicht mehr aus der Nähe des Burguns, sondern es ist eigentlich ein Alpenwein. Meinst du, das merkt man, wenn man den Wein probiert? Es ist auf jeden Fall der Wein in der Serie, der im Moment am verschlossensten wirkt und eben auch eine gewisse frische, aromatische Frische ausstrahlt, die schon eher auf die Alpennähe hindeuten könnte. Grundsätzlich ist ja eben dieser Pinot Noir-Bogen auch so konzipiert, dass wir wirklich jetzt vom Genfersee bis in die Bündner Herrschaft diese Stilistiken eben auch abbilden können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt bei Georg Fromm in derselben nicht nur der Bündnerschiefer seinen Ausschlag gibt, das ist sogar ein kalkreicher Bündnerschiefer, wird gesagt, sondern es ist sicher auch der Produzent, der die Stilistik des Weines prägt und über die Jahre hinweg eigentlich seinen Wein so entwickelt hat, dass er natürlich zu diesem Alpenbogen passt, dass er aber auch zu seiner Weinbereitungsüberzeugung, zu seiner Produktionstechnik passt, die sich eben an der Biodynamik orientiert. Womit eigentlich Georg Fromm ein wirklicher Produzent, ein Terroirproduzent ist. Es ist nicht nur der Winzer, der eigenständig arbeitet, der seine Philosophie in den Wein hineinbringt, sondern er dekliniert auch die verschiedenen Lagen, er macht ungefähr fünf verschiedene Einzellagen und bringt dadurch eine ganz andere Stilistik rein. Ich würde sagen, wenn wir den Bogen spannen von Servanien bis zum selben, dann haben wir wirklich zwar Pinot Noir, aber stilistisch komplett verschiedene Weine. Gut, aufgrund deiner Aussage zum Alpenwein müssen wir doch davon ausgehen, dass es mehrere Pinot Noir Hotspots in der Schweiz gibt. Du hast denjenigen am Neuenburger See genannt, aber das Bündnerland, die Bündner Herrschaft im Speziellen, müssten wir natürlich direkt einordnen können. Und wenn wir die Mémoire de Vin Suisse Palette anschauen, dann dürfte das Schaffhauser-Land eben auch nicht fehlen in dieser Aufstellung. Ich denke, damit haben wir eigentlich einen Ausschnitt geliefert, der sehr repräsentativ ist für den 2018er, aber auch für das Portfolio des Mémoire de Vin Suisse. Bis zum nächsten Mal.